Meine Einzimmerwohnung Ich lebe allein und studiere in Bonn. Ich besitze eine Einzimmerwohnung. In meiner Wohnung gibt es ein Wohnzimmer, eine kleine Küche und ein kleines Badezimmer. Ich verwende das Wohnzimmer gleichzeitig auch als Schlafzimmer. Im Wohnzimmer habe ich nämlich ein Sofa, welches man umklappen und als Bett benutzen kann. Vor dem Sofa habe ich einen Couchtisch aus Glas. Dann habe ich noch ein großes Regal im Wohnzimmer, in dem ich meine Bücher aufbewahren kann. Außerdem gibt es einen kleinen Schreibtisch und dazu einen Stuhl. Am Schreibtisch lerne ich immer für meine Universität. Im Badezimmer habe ich eine Dusche, jedoch kein Bad. Auch wenn ich eine ziemlich kleine Wohnung habe, gefällt sie mir trotzdem.